mehr gibt es ja aber nicht oder weil ja kommen wir doch auch so hin ist die große preisfrage genau hier waren wir schon ganz am anfang darüber kommen wir aber nicht nein schade es ist gelänge manchmal sind mittlerweile auch überall also nicht hier haben wir nur die tür aufgemacht demonten demonten nein das ist schon ein bisschen lästig die frage ist wo ist das letzte auto haben wir noch also muss ich dann noch mal rüber tür ist auf okay so Die nächste Person, ich sehe, Sie wollen sie apart. Ich speichere mal. Auf. So, wir sind dann, ich will doch nur diese scheiß Küche, wo waren das? Hier ist zu. So, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Nur sicherheitshalber. Ich meine, wir müssten das wahrscheinlich nicht machen. Das ist, glaube ich, optional. Aber ich möchte das gerne mitnehmen. Oh, wie locker ist ja. Da müssen wir lang. Maintenance. Ich glaube, wir haben das erste Mal einen Dämon getroffen, ne? Animation Alley. Ja, genau. Kreisverkehr. Little, genau. Hier ist das, wo wir hinwollten. Oh Gott. Was wollte er jetzt haben? Ah, ich verstehe. Bäh. Dafür ist das da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Locked. Ach, du willst mich doch trollen, echt jetzt? Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Schatten bewegen sich. Das ist richtig. Verkröten. Batterien. Nichts. Das Schicksal ist schon seltsam. Das Schicksal ist schon seltsam. Gerade wenn du denkst, du hättest keine Option mehr. Ja, Chefko. Fuck. Okay. Cool. Nun. Das ist keine Schnellreisepipe. Das sind auch keine Schnellreisepipes. Das auch nicht. Hm. Ich erinnere mich auch noch, wir waren doch, ich weiß nicht, ob das hier war. Irgendwo drinnen. Ähm. Da war doch halt in der Wand so, ja mit Schalter und sowas. Und ich habe mich gefragt, was ist der Schalter da? Aber so genau angeschaut habe ich mir das auch nicht, ne? Achso, hier haben wir die Gentpipe her, glaube ich, ne? Ja. Ja, hier haben wir die Gentpipe her, ursprünglich. Stimmt, ja. Da kam da eine Kollege durch die Tür und wir hatten unseren Rückweg. Alter Schwede. Ganz am Anfang, ne? Krass. Ja, genau. Hier ist der... Button. Aber keine Ahnung, für was der da war. Ich habe schon erwähnt, dass ich total lost bin gerade, so ein bisschen. Och, alter. Hau ab. Geh weg. Sonst fresse ich dich. Oh. Aber was aus nichts, ne? Diese Scheißvieh. Nehmen wir jetzt mal den hier. Ich hoffe, da springt nichts raus, weil da kannst du ja reingucken. Also wenn da jetzt noch plötzlich irgendwann mal was rausspringt, wenn ich mich in so eine... in so ein Fass verstecke, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm. noch Parts. Scheint Respawn zu sein. Ja. Dann lasst ich mal hier lang gehen, in der Hoffnung irgendwie mal... Ja. Hier hatten wir das erste Mal so ein Drama mit... Äh. Nichts gefahrlich. Wie gesagt, Backpacking Next Level. So. Jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwo so eine Schnellreisepipe ist. Was? Ja. Toll. Warum fließt das manchmal? Das hast du doch sonst nicht gemacht. Geh weg. Ach, leave me alone und geht auf mich los, ne? Oh, da ist so eine Schnellreisepipe. Ciao. Bringt mich jetzt genau wohin? Ach, scheiße. Ne. War die falsche. Naja. Versuch was wert. Ach, da drüben wollten wir rüber. Genau. Ja, moin. Alter, komm. Gut jetzt. Ach, Leute. Card exchange. Ist das zu essen? Ach, ne. Das war so ein Card exchange. Ähm. Lad mal auf. Kann nix schaden. Ach, ne. Das war so ein Card exchange. Ja, cool. Ja, willst du mich verarschen? Jetzt wo das hinten jemand kommt. Hau ab, Mann. Hau ab. Oh, leck mich. Was soll der Scheiß? Ja, jetzt mal ohne Witz. Was soll das? Ey. Lügner. Ja, wie hat noch Lügner draufstehen? So auf der Brust hier so. Äh, hier so. So unter dem Motto, ja ne, du versteckst dich, weil du musst dich ja nicht verstecken. Ach, scheiße. Oh, Alter. Ja, kennen wir schon. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ging aus der Pfanne, ja. Hab ich. Oh, Junge. Das ist doch nicht wahr. Warte mal. Die Karte doch zwischendurch. Da. Da gespeichert. Ich bin gerade eingefallen. Ja. Doch, hier. Safe. Oder? Ich sehe aber nicht, ob ich das Quest-Item habe, oder? Schockfrei. Da, 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 da. Einen Upgrade gibt's noch. Hm. Ja. Da ich hier gespeichert habe, meines Wissens nach. Ja. Genau. Passt das. So, ein Bullshit. Sorry. Ich hab jetzt am Ohr. Ah. So, ein Quatsch, ne. Ja. Hier waren. Genau. Warum hat das, ich verstehe nicht, hier zieht die Kamera so komisch zur Seite. Echt jetzt? Echt jetzt? Warum? Okay. Nein. Entschuldigung. Oh. Hilfe. Himmel, Arsch und Gartenzwerg. Ohne Schatz. Wie macht mich gerade ein bisschen fettig. Aber anders als sonst. Fälle wieder, ja. Was, wie, wo, wer, manchmal, warum. Auch er nur wieder. Hau ab, Mann. Blöde Stück Scheiße. Entschuldigung. Oh. Das richt mich gerade auf. Kannst doch übertreiben. Sorry. Oh. Ich beichere nochmal. Ich will nicht wieder laufen. Ich beichere nochmal. N-Nee. Au. 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 Ähm. Vor allem die andere Tante da mit den Hörnern, die uns am Anfang, oh du musst nach oben und bla. Pass auf. Die ist der eigentliche Tintendämon. Dann lache ich mir ein Ast. So, apropos den Tintendämon. Speichern. Oioioioioi. Was für ein Backtracking, ne? Wahrscheinlich für ein Upgrade oder irgendwas. Vermute ich jetzt mal. Was ein ganz schöner Umweg wäre. Na, so. Ja, so. 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 So.